Hallo, liebe Deutschlernende! Möchtest du Authentic German Learning verbessern? Möchtest du mir dabei helfen, Authentic German Learning weitaus besser zu machen? Dann habe ich dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Manche von euch waren ein bisschen traurig, dass sie mich eine Weile nicht gesehen haben in den letzten zwei Wochen und das liegt daran, dass ich immer sehr viel zu tun habe. Es gibt immer sehr viel, was ich mache für Authentic German Learning. Ein YouTube-Video pro Tag, ein Instagram-Video pro Tag, ein Podcast pro Woche, früher sogar drei pro Woche, fast noch eine E-Mail pro Tag. Es gibt so viel, was ich für Authentic German Learning mache. So viel Arbeit, so viel Material, was ich produziere. Und dann auch noch Material produzieren für die Authentic German Learning Academy. Die findest du unter join-german-club.com. All diese Dinge mache ich für Authentic German Learning, weil ich dir helfen möchte, aber ich brauche Hilfe. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe, um Authentic German Learning zu verbessern. Momentan suche ich Freiwillige, die eine Begeisterung haben für dieses Projekt. Aber ich suche auch nach Leuten, die ich bezahle, wenn du besonders gute Qualifikationen hast, wenn ich dich besonders gut gebrauchen kann. Und die Leute, die freiwillig arbeiten, die werde dich vielleicht in Zukunft auch anstellen. Wenn du für mich arbeitest, freiwillig, und du hilfst mir, Authentic German Learning zu verbessern, und ich kriege mit, oh wow, der leistet viel, der macht wirklich einen Unterschied, dann werde ich dich natürlich auch bezahlen. Und je mehr Authentic German Learning wächst, desto mehr kann ich dir auch geben. Und ich denke, auch viele Leute sind interessiert daran, für entweder kein oder für wenig Geld zu arbeiten, einfach weil ich ihnen sehr viel gegeben habe. Also wenn du schon lange Authentic German Learning schaust oder hörst oder beides, und du möchtest, dass es besser wird. Gerade wenn du denkst, ach, ich wünschte, es würde mehr YouTube-Videos geben mit Untertiteln oder mehr YouTube-Videos, die besser produziert sind oder dies oder jenes. Aber ich wünschte, es gäbe mehr Materialien. Ich wünschte, es gäbe mehr PDFs. Ich wünschte, es gäbe mehr Audiodateien. Ich wünschte, dies wäre besser. Ich wünschte, dies wäre besser. Nun, wenn du für mich arbeitest, dann ist es die beste Möglichkeit für dich, einen Unterschied zu machen und anderen Leuten das zu geben, was du dir wünschst. Und die Leute, die für mich arbeiten, die haben natürlich auch mein Ohr. Auf deren Feedback werde ich umso mehr hören, wenn ich mitkriege, hey, die machen einen guten Job. Deswegen ist jetzt mein Aufruf an dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann nicht mehr alles alleine machen und deswegen brauche ich dringend deine Hilfe. Bitte besuche AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich arbeiten. AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich arbeiten. Fülle bitte das Formular aus. Es kann sein, dass es eine Weile dauert, bis ich mich bei dir melde. Bitte habe Geduld und bitte überschwemmt mich nicht mit ganz vielen E-Mails, mit ganz vielen Kommentaren darüber. Hey, kannst du mich nehmen? Oder hey, hier ist noch mein CV. Oder hey, hier ist noch dies oder hier ist noch jenes. Bitte fülle nur das Formular aus. Ich melde mich bei dir. Ansonsten wird es zu viel für mich. Also, hilf mir. Ich werde nicht meine Dankbarkeit zeigen. Ja, in welcher Form auch immer. In Form von Dankbarkeit, in Form von Geld, in Form von Service zum Beispiel. Wenn du zum Beispiel Unterricht von mir haben möchtest und es dir nicht leisten kannst. Wenn du Mitglied der Akademie nie sein möchtest und bist der Meinung, dass du es dir nicht leisten kannst. Wenn du in einem Dritte-Welt-Land lebst und du nicht die Möglichkeit hast, für meine Produkte zu bezahlen, weil die Kreditkarte nicht funktioniert oder Paypal zu schwierig ist und so weiter, ist dies auch eine Möglichkeit zu tauschen. Okay? Oder auch nur um deine Dankbarkeit für all die Videos und für all das Lernmaterial, was frei zugänglich ist, zu zeigen. Okay? AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich arbeiten. Wie gesagt, je mehr Authentic German Learning wächst, desto mehr kann ich auch bezahlen. Und ich weiß, nicht jeder von euch ist reich. Manche Leute haben gutes Einkommen. Manche Leute haben nicht so gutes Einkommen von meinen Zuschauern. Und ich möchte natürlich auch Leuten helfen, aus der Armut rauszukommen oder einen Unterschied zu machen. Etwas zu leisten. Und das ist eine gute Möglichkeit. Okay? Denn ich möchte auch, dass ihr einen guten Job habt, dass es euch gut geht, dass ihr euch alles leisten könnt, was ihr euch wünscht. Okay? Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und hey, vielleicht sehen wir uns als... Vielleicht sehen wir uns in Zukunft auf einer anderen Ebene wieder. Und zwar auf einer beruflichen Ebene. Oder auf einer Ebene, dass wir beide gemeinnützige Arbeit leisten, sozusagen. Okay. Das war viel länger, als ich es eigentlich machen wollte. Bis dann. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Judy GonnaUN Ich stehe auch.